Umgang mit Absonderlichkeiten anderer. Menschen können individualistisch sein, Menschen können aber auch sich an andere anpassen. Die meisten Menschen sind eine Mischung aus beidem. Und kleinere, individuelle Schrullen und Macken machen Menschen liebenswert. Eigentlich jeder Mensch ist liebenswert, schon dadurch, dass er Mensch ist. Aber so ein paar Absonderlichkeiten sind etwas, was Menschen individuell liebenswert macht. Daher, wenn du jemanden siehst, der ein paar Absonderlichkeiten zeigt, wertschätze ihn dafür und nimm es humorvoll, liebevoll zur Kenntnis.